Hey, yo, Kinder, grüßt euch. Heute ist ja Dancing Donners Day, Alter. Da könnt ihr den ganzen Tag mal so richtig nice dancen. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Dancing Donners Day. Danzt mal, bis die Füße blühen. Bis dane!